Start zum Polardraget im schwedischen Serna. Für Jessica Werner aus Gerden bei Zerbst das erste Langstreckenrennen auf Kufen. 100 Kilometer liegen vor ihr. Mehrere Wochen lang bereitet sich Jessica in Schweden auf das Rennen vor. Bis jetzt ist sie Sprint gefahren, zu Hause auf Rädern. Vieles ist neu für die Sachsen-Anhalterin und ihre Vierbeiner, vor allem der viele Schnee. Der Weg war etwas verschneit und meine Hunde kennen das ja normalerweise nicht. Dann die ganzen Berge. Ich habe Flachlandhunde, die gerne gerade Strecken laufen und nicht berghoch. Das war auch auf jeden Fall erstmal neu für meine Hunde. Wir wachsen aber trotzdem irgendwie zusammen. Jessica hat eine erfahrene Lehrerin. Angela Wiatowski aus Dannefeld leiht ihr Hunde. Und sie ist viele Long-Distance-Rennen gefahren, bis zu 500 Kilometer. Man hilft sich unter Maschern mit Hunden, Material und Tipps. Also wichtig ist hier in der Mitte. Da habe ich es immer reingemacht. Genau. Und dann so rein. Und dann so, zack, fertig. Nächste. Die Pfoten sind gut gefettet, denn der Schnee ist fest. So langsam steigt das Startfieber auch bei den sechs Vierbeinern. Auf zur Trainingsrunde. Die Strecken werden länger. Angela hat einen weiteren Schützling. Kim Falke, auch neu auf der Langstrecke, baut ihren Schlitten zusammen eine Pulka. Da steht man nicht einfach auf den Kufen. Richtig, mit Langlaufskiern oder mit Skatingskiern, so mit besonderem halt. Und die laufen hier dran. Hier, das ist auch eine Krallenbremse. Damit kann man die Hunde auch bremsen. Die haben auch eine Ankerpflicht. Also einen Anker müssen sie auch haben. Man muss super Ski laufen können und Hut ab. 100 Kilometer mit Skier ist schon eine Hausnummer. Die Anstiege, eisige Temperaturen bis zu minus 30 Grad und die Nacht fordern Jessica und Kim. Noch bleibt Zeit zum Trainieren, auch zum Auswerten und Planen. Am nächsten Tag eine Trainingsrunde auf einem Teil der Originalstrecke. Auf dem See in Serna wird das Rennen gestartet. Kompliziert für Angelas Hunde, denn die sind bei den bisherigen Rennen in eine andere Richtung gestartet. Gar nicht so einfach, die Bande auf den richtigen Kurs zu bringen. Vater André, auch Mascha, hilft auf dem Weg zum Start. Wenn ich was sage, zum Beispiel blocken, meine ich natürlich, dass die Hunde nicht mehr in die Richtung abbiegen können. Und das sind so Kleinigkeiten, die man halt lernen muss. Und ich muss natürlich auch geduldiger sein. Ich war natürlich eben auch total gestresst. Das ist halt so, weil es halt sehr anstrengend ist. Ja, man ist dann durchgeschwitzt. Die Hunde sind laut und man versteht sich nicht mehr. Und dann schreit man da rum und ja, im Grunde genommen bringt es ja eigentlich gar nichts. Man müsste sich ja anders kommunizieren, aber das hat halt jetzt noch nicht geklappt. Da müssen wir halt abends mal drüber sprechen, wie wir mit Handzeichen dann besser reden können. Rucksack, Notration, Axt, Spirituskocher. Der Schlitten muss richtig gepackt sein. Auch sowas, ganz ehrlich, willst du dann anfangen, das aus Plastik rauszunehmen? Und wo schmeißt du denn den ganzen hier hin? Jessica tastet sich an die langen Strecken heran. Die Runden werden ausgedehnter. Es geht auch in die Nacht hinein. Vor zwei Kilometer habe ich angehalten. Ja, da musst du mal unter den Pfoten gucken. Der harte Schnee ist für die Hunde problematisch. Bootis, kleine Schuhe, sollen die Pfoten schonen. So werden also Hunde gebootet. Bei dieser Trainingsfahrt zahlt Jessica Lehrgeld. Sie hat sich verfahren. 14 Kilometer waren es mehr. Es war schon schwierig, aber man versucht es ja doch irgendwie durchzuziehen und kämpft sich dadurch mit den Hunden. Das ist ja gerade das, was ich auch toll finde, dass man mit den Hunden zusammenwächst und ein Team bildet und einfach alles harmonisch läuft und wir zusammen ins Ziel kommen. Angela hat auf den eigenen Start verzichtet. Sie wartet im Ziel auf ihre Schützlinge. Für alle ein großes Abenteuer, das belohnt wird mit der Zielankunft. Mission erfüllt. Sowohl Jessica als auch Kim haben durchgehalten. Ja super, gut gemacht.